Oha, ich will Nuss kaufen, lecker. Hey, was kaufst du da? Haselnüsse. Toll, die will ich auch haben. Hey Leute, was macht ihr da? Nüsse kaufen. Hey Süße, lass mal zusammen Kaffee zu trinken. Was willst du von mir? Bist du doof oder was? Oha, oha, ich gehe nach Hause.